So, ich habe es geschafft. Da seht ihr das. Die andere Folie ist jetzt auch ab. Ich habe an der Ecke ganz leicht immer mit dem Messer vor und zurück. Bis ich es zum greifen hatte. Jetzt kann ich es abziehen. Jetzt ist es so. Also echt, da müssen sich was einfallen lassen. Das ist ein bisschen doof. Jetzt kommen wir zum Hardware Video. Wir hatten uns ja hier schon ganz genau angeguckt. Wie gesagt, hier an den Seiten anfassen, wenn er das hochhebt. Wir haben die Variante, wo ein Knopf ist und hinten ist USB und wir haben auch Batterien, die wir reinmachen können. Es gibt auch noch Varianten, wo wir eine Fernbedienung mit bei haben, wo wir das dann noch mit Fernbedienung steuern können. Und das ist die einfarbige Variante und es gibt noch den Standfuß, der so aussieht, als wenn das so Marmor ist, was aufplatzt oder alter Beton, der aufplatzt. Dann siehst du halt hier auch noch die LED Farbe durch. Voll geil. Kann ich euch sagen, sieht voll geil aus. So, wir machen jetzt erstmal, würde ich sagen, hier drei Batterien rein. So, dann haben wir einmal und ihr seht, jetzt ist es an. Wartet mal, ich mach mal kurz aus. Es wechselt halt die Farbe, wenn ich jetzt hier drücke. Ihr drückt halten geht es aus. Einmal an und ihr drückt halten aus. Und hier, wenn man halt die Farben durchgehen will. Aber da bleibt die Farbe dann halt drinnen. Und wenn ihr einmal ausschaltet und einmal anmacht, ich nehme jetzt die Hand weg da, sollte sich eigentlich die Farbe wechseln. Es wechselt die Farbe aber nicht. Klappert auch nichts. Außer jetzt mein Fingernagel. Ich glaube, man kann ja nicht sehen. Muss ich mal durchlesen, wie man das dann einstellen kann. Jetzt stellen wir mal den Controller hier rein. Und dann nehmen wir uns mal das nächste. Und zwar den Wikinger. Hier werde ich jetzt mal nicht an und ausschalten. Ich werde einfach nur die Batterien rein machen. Wenn ihr ein USB-Kabel nehmt, dann braucht ihr halt nur den USB-Kabel reinstecken und dann ist jedes Mal der Farbwechsel an. Sei denn ihr wollt den nicht. Machen wir das mal so, dass wir das jetzt dazu halten. So. Ihr seht, wir haben jetzt bei dem Wikinger hier einen Farbwechsel drin, den ich auch natürlich sehr schön finde. Ich habe auch das Gefühl, dass bei dem Wikinger das ein bisschen heller ist. Das kann aber auch irren. Ne, jetzt ist besser. Es kommt halt wirklich darauf an, welche Richtung man das betrachtet. Ich gucke nochmal. So. So ist das Original und so ist das auch Vatela. So Mause, geh mal kurz, geh mal kurz mehr runter. So. Ich mache mal kurz das Licht aus für euch, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Ich bin ein bisschen auseinander hier. Also der Helm muss ich sagen, der sieht richtig geil aus. Wir können auch gerne mal tauschen. Ich nehme den Helm hier raus. Ich nehme den Controller raus. Mach den Controller rein. Der Helm sitzt auch ein bisschen fester drauf, habe ich das Gefühl. Und jetzt haben wir den Controller mit dem Farbwechsel. Hier sind schon Fingerabdrücke drauf. Hier muss ich noch putzen. Sieht richtig geil aus. Hier ist Kreuz, da sind die. Also Dreieck, Kreis X und hast ihn gesehen. Wisst ihr ja. Select und Start. Obwohl hier Start ist vertauscht. Start müsste eigentlich auf der Seite sein, der Dreiecke Knopf. Und Select ist nicht dreieckig, kommt eigentlich darauf. Aber das ist mir ganz auf hohem Niveau. Ihr könnt den euch natürlich auch in andere Richtung machen. Sieht dann aber ein bisschen doof aus, wenn ihr den so habt. Weil da ist das Steuerkreuz auf der Seite. Sieht natürlich auch in die Richtung. Sieht ein bisschen cool aus, wenn er dann so ein bisschen rüber geht in die Richtung. Aber das ist dann halt nicht richtig korrekt. Deswegen drängen wir den einfach wieder um. Machen den so. Und ich werde euch mal ein bisschen ranzoomen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Die werdet ihr dann in der nächsten Zeit auch in meinen Streams sehen im Hintergrund. Die kommen in mein Regal. Ich weiß noch nicht, wo ich sie genau dahin stellen werde. Wegen dem Sackboy und so. Aber ich finde sie echt. Sehr schick. Beim Wiginger können wir ja mal hier die Farben durchwählen. Und wie gesagt, es gibt halt auch welche mit einer Fernbedienung. Wo ihr dann praktisch das mit Fernbedienung steuern könnt. Und auch wo das hier so aufgerissen aussieht. Dann ist nicht nur oben beleuchtet. Dann ist halt der Sockel auch beleuchtet. Na? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oder weil die Akku Batterien leer sind. Ne, das ist eine neue Dame. Kann ja sein. Also wenn das jetzt klappt mit dem fressigen Besen. Da wird er nichts finden. Okay, wir brechen mal ab. Ne, da werden wir nichts finden. Da werden wir nichts finden. Da muss ich mal gucken. Was da... Das Problem ist, warum der hier... Ich kann ja auch gerade gar nicht steuern. Aber jetzt machen wir nochmal einen Test. Also wenn ich jetzt hier den USB-Kabel nehme, sollte rein theoretisch... Naja. Wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn das eine Alexa-Steuerung hätte. Aber vielleicht gibt es da mal ein Update. Und die haben eine Alexa-Steuerung drin. Ja, ne? Vor allem sind die neuen Batterien... Also... Sind ja nicht mal alte oder so. Na genau, ja. So. Jetzt testen wir das einfach mal. Jetzt machen wir das mal hier ran. Äh, so. Okay, erst Licht an den Batterien. Die sind leer. Also dimmen könnt ihr das nicht. Also das ist jetzt wirklich, so wie es ist, ist es. Also ich fand den im Grün eigentlich gar nicht mal so schlecht, den Wikinger. Obwohl Blau auch was hat. Aber dann lieber Aqua. So ein Aquablau. Ich mag Aqua. So, wir packen den mal kurz runter. Jetzt nehmen wir mal... Den Controller. Oh ja. Also mit USB ist es viel heller. Ja, also da können wir... Da nehmen wir mal die... Können wir ja mal testen. Was ist denn, wenn wir die Batterien rausnehmen? So. Die Batterien sind jetzt raus. So. Ich nehme jetzt den USB auch raus. Und stecke den USB jetzt einfach nochmal an. Zack. Dann nehmen wir uns den Controller. Wieder. Ich muss den putzen. So. Also der Controller sitzt nicht so fest wie der Wikinger. Der Wikinger ist gefühlt ein bisschen dicker. Der sitzt ein bisschen fester drauf. Aber das macht nichts. Das leuchtet ja trotzdem. Mit USB seht ihr gerade, es leuchtet viel viel heller. Da. Als mit Batterien. Einmal rausgemacht, reingemacht und ihr habt den Farbwechsel. Wie ihr seht. Ich warte jetzt gerade noch mal, dass... Aqua kommt. Oh, ich finde das Aqua so toll. Jetzt fängt das an da aber schnell zu blinken. Oder? Was war das? So. Jetzt machen wir mal hier einfach... Ach so. Einmal kurz drauf gedrückt, macht dann schnelles Blinken. Ich mache lieber mit rüberwischen, dann geht es schneller. Und dann wechselt er halt hier die Farbe. Also kann man die Farbe wechseln. Wenn man ausmachen. Und wieder einmal anmachen. Müssen wir mal gucken. Also rein theoretisch. Müsste das eigentlich auch gehen. Dass der den Farbwechsel wieder aktiviert, wenn man hier irgendwie drückt. Da das halt in Englisch ist. Müsste ich mir das dann erstmal in Deutsch durch. Müsste ich mir das erstmal mit dem Handy übersetzen. Ha. Ich habe es geschafft. Dreimal schnell hintereinander. Das habe ich zweimal gemacht. Das geht dann nicht. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Vielleicht kommt es auch nur auf den Rhythmus an oder so. Ne, ich habe es. Ich habe den langsamen Farbverlauf drin. Zweimal drücken ist der langsamen Farbverlauf. Und jetzt Funktion nuckelt. Da muss ich dann halt aber noch eine Position finden, wo ich die Bienen dann hinstelle. So. Hier haben wir den Wiginger. Hier kann ich euch ja. Ja. Jetzt sagt er natürlich wieder hier. Batterie leer. Das sind neue Batterien eigentlich. Und jetzt geht es gar nicht mit der Batterie hier. Okay, also die Batterien sind nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Die werden auch immer schwächer, komischerweise. Also die Batterien sind scheiße. Oder meine. Da muss ich dann mal doch bessere holen. Weil ich weiß nicht, was meine Tochter mir für Batterien gegeben hat. Irgendwann Weihnachtsbaumkerzen haben sie halt drei Tage durchgehalten. Aber es sieht schön aus. Vor allen Dingen der Wikinger passt ja zu mir wegen Odin. Der Controller passt zu mir wegen Zocken. Und es sieht bestimmt voll cool aus, wenn das im Hintergrund dann auch noch leuchtet. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich muss wahrscheinlich dann mal irgendwie die ganze Fläche irgendwie dunkel machen. Oder ein dunkles Hintergrundbild oder so, dass man das vernünftig sieht im Stream. Ich werde euch das nochmal zeigen mit dem Wikinger. Das sieht wirklich richtig geil aus. Und es gibt auch Fortnite. Also Fortnite-Schriftzug oder halt eine Waffe aus Fortnite. Oder ein Logo. Und was haben sie noch? Saurier. Tiere. Totenköpfe. Oh, die haben Totenköpfe, Leute. Richtig geil. Ähm, was gibt es noch? Ja, Playstation-Logo. So was gibt es leider nicht. Ist klar. Haben sie nicht die Lizenz dran. Logisch. Ähm, was gibt es noch? Tiere. Irgendwelche Würfel oder irgendwelche abstrakten Gebilde. Och, da ist so etliches mit bei. Auch Automarken. Glaub ich habe ich gesehen. Irgendwas mit Autos oder nur Autos. Ich weiß es nicht. Ich packe euch das alles mal in die Videobeschreibung. Müsst ihr mal gucken. Aber ich finde sie geil. Also ich muss echt wirklich, ich bin wirklich wirklich begeistert. Mir fallen sie wirklich sehr gut. Und ich werde jetzt erstmal gleich einen schönen Platz für die beiden finden. Und dann werdet ihr im Stream die in Zukunft im Hintergrund sehen. Ja, geil wäre natürlich jetzt gewesen, wenn sie wirklich eine Alexa-Steuerung nachträglich eingebaut haben. Weil damals, wie gesagt, ich warte jetzt seit Juni, Juli irgendwas in dem Dreh. Also wenn sie jetzt irgendwie noch eine Alexa-Steuerung mit nachträglich eingebaut hätten, wäre das natürlich richtig heftig. Seht ihr das? Hier bei meinem dunklen Hintergrund. Und hier fällt es kaum auf. Also die sind wirklich durchsichtig. Also klar, das Plexi ist richtig richtig durchsichtig. Und die Linien machen das dann halt. Ich zeig euch die Oma von der Seite, die sind wirklich nicht dick. Ja, beim Wikinger-Helm ist das egal, welche Richtung ihr macht. Ist ja ein Gen-Controller. Bei Schrift wird dann natürlich auch doof, wenn ihr die Spiegel verkehrt macht. Aber hier so sieht man es halt. Sieht richtig geil aus. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. So, ich werde mal nochmal das Licht hier drüben anmachen. Das ist ein bisschen freundlicher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, wir haben Träumchen. Ich werde euch die beiden unten drunter verlinken. Die Webseite werde ich euch verlinken und dann werde ich mal noch Links raussuchen, wo ihr die in einer anderen Variante sehen könnt. Auf der Webseite, da haben sie nämlich so weiß und dann... Oh, das sieht richtig, richtig heftig aus. Wenn es da so aussieht, als wenn es abbröckelt. Oh, geil. Richtig geil. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Seid euer Odin. Olinz Test.